und herzlich willkommen und ein haben wir schon verloren zurück zu let's play kennen wir wollen versuchen uns jetzt noch mal durchzuschlagen so wir parken jetzt hier wieder ein paar nehmen ronnie mit jetzt geht ronnie alleine ich hab euch gerade geschlagen das wollte ich nicht jetzt geht ronnie alleine hier lang wollte ich sagen ich hoffe die da unten wären vernünftig dann komm mit und bitte nicht sterben denn du musst jetzt die teile kaputt machen erstmal den da und dann den da ich hoffe das klappt hat geklappt okay sogar durch zwei mauern gleichzeitig so komme ich jetzt hier wie rein okay ich habe zumindest ein loch an der mauer und da oben ist schon wieder ein speer gewesen ich glaube es ja nicht so wir haben noch eine rakete geil mit der muss ich jetzt alles rocken das wird aber nichts werden weil ich muss da oben ja auch die ganzen häuser kaputt machen also so kann das eigentlich nicht funktionieren wie ich das hier mache ich musste wahrscheinlich doch erst oben aufräumen und mich dann nach unten kämpfen sein wir finden hier was tolles das hat zum beispiel okay jetzt ist die frage ist da und noch ja da ist da ist ja noch einer okay sind das gegner häuser ich bin mir nicht so ganz sicher ob das enemy buildings sind wo muss ich denn lang ich muss erstmal die da oben kommen ich versuche nochmal zurück zu kommen auch wenn die brücke jetzt ziemlich am arsch ist das hat ja schon mal ganz gut geklappt abgesehen davon dass ich zwei leute gleich in den tod geschickt habe was unnötig war aber ich habe noch zwei raketen da kriegt noch zwei häuser mit kaputt das ist natürlich für drei häuser ein bisschen wenig oder sind es nur zwei wenn ich das eine haus erwischt habe vorhin dann sind es auch eventuell nur zwei häuser erst mal muss ich da halt durchkommen das haus ist kaputt definitiv das haus habe ich nicht erwischt das wird mir zum verhängnis werden ja jetzt habe ich ein häuschen was ich nicht kaputt kriege kann ich da so oft draufballern das wird so nix ich krieg's nicht kaputt das ist ärgerlich ich kann's versuchen die schreien auf jeden fall ich versuch's einfach mal da unten laufen aber auch noch welche lang sehe ich gerade das wird nix ich kann höchstens hoffen dass die mit einer granate schmeißen du schmeißt mal mit einer granate schmeißt mal einer mit einer granate von euch wenn es nicht klappt dann okay leute dann sehe ich mich gezwungen neu zu laden ich bringe die schlucht tschüss okay hätte ja sein könnte dass das klappt so dann immer das das und das und dann doch das ganze ich überlege gerade eine taktik aber das ist schon ganz gut so wie ich das mache denke ich da vor die tür schmeißen da vor die tür schmeißen ich habe die wieder nicht wirklich getroffen so ich darf einfach nicht so viel verrecken das ist auch eine taktik so wir nehmen wieder unseren ronnie und du musst ganz vorsichtig sein ronnie ganz außen nein das war zu weit außen ja das hat sich jetzt schon wieder erledigt ne komm ich muss alle meine raketen haben sonst hat das schon wieder keinen sinn nochmal das ganze ja hab ich doch ach man so okay und ich möchte verdammt nochmal so zwei gebäude kaputt das ist wichtig so wieso lebst du noch so hinter dieses kaputte haus bitte da hinten verstecken und jetzt nur ronnie und ronnie bitte jetzt nicht in die schlucht fahrt ja so ja genau ich mache das so ja es ist vernervig ne aber dann mache ich das so ja okay dann habe ich jetzt hier ein safe state gemacht und könnte jetzt vorsichtig hoffentlich mit ronnie hier lang ronnie ist tot okay das da es ist zum heulen was ich da mache ne nochmal das sind so diese sachen wo man nicht wirklich viel für kann das ist okay so über das wir können auch eine granate nehmen ist auch nicht egal das ding ist schrott mit der granate kriege zumindest den zaun gleich mit kaputt so gleich beides schrott das ist gut wieso bist du noch im leben wieso bist du noch am leben oh der ist draufgegangen äh gefällt mir jetzt nicht so gut denn ich muss da noch runter gut ich hoffe die beiden können sich da oben wehren vernünftig und wir versuchen uns nochmal hier unten lang wir haben jetzt noch eine granate und eine rakete das ist für da oben natürlich zu wenig fällt mir auch gerade ein ja hahaha okay wir versuchen das trotzdem mal jetzt wir nehmen erstmal die ne erstmal nehmen wir die schmeißen die direkt vor die tür okay so hoffentlich ist das ding kaputt gegangen ich weiß ach scheiße ich hab den vergessen hohohoho war das knapp drei raketen ist das ding kaputt das wäre schön ja so jetzt machen wir den noch kaputt sieht eigentlich ganz gut aus jetzt gehen wir zurück zu unseren anderen kollegen und dann machen wir den rest schrott und dann sollten wir es eigentlich geschafft haben also ich muss diese beiden raketen auch zurückschleppen wieso haben die da oben eigentlich keine munition mehr und die haben ihre granaten und so verballert jetzt schaffen wir es ja wieder nicht damit schaffe ich es doch nicht ah ihr idioten da oben das heißt eventuell kann man es doch schaffen kann man nicht doch habe ich das doch ich habe das eine haus kaputt gekriegt das ist jetzt die große frage habe ich das eine haus noch kaputt gekriegt dann vielleicht ja das ist kaputt okay dann schaffen wir es vielleicht da muss aber jetzt auch wirklich jede rakete sitzen so komm mit und jawoll phase 5 ist echt was phase 2 ist komplett phase 5 das wäre schön so dann kommt jetzt die dritte und wieder der gleiche Auftrag oh nein ich muss alle Zivilisten schützen das ist scheiße oh nein das mag ich ja nicht Zivilisten beschützen ist immer kacke dann ein falscher Schuss oder man muss ja nicht mal selbst schuld sein das kann ja auch sein dass der Gegner Scheiße baut und schon ist alles wieder im Arsch okay aber das versuchen wir jetzt okay was müssen wir denn tun was müssen wir tun was müssen wir tun ist das ein Auto das ist ein Auto ja damit kann man auch schießen ich warte gerade drauf dass der auf mich ballert na gut jetzt habe ich natürlich nur noch einen was sagt denn die Karte überhaupt warte ah da ist ein Typ also aha also Gegner müssen wir anscheinend auch nicht alle töten wichtig ist halt dass wir oh Gott 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 Ich hoffe, gar nicht fähig. Okay. Okay, okay. Ich musste mal kurz lesen. Ich glaube, die Geschütze sind auch nicht wichtig. Wichtig sind wirklich die Gebäude, ne? Genau, die Gebäude und keine Zivilisten töten. Das kriegen wir eigentlich hin. Das ist, glaube ich, gar nicht so der Hammer. Also, ich gucke mir das gleich nochmal eben kurz an. Ich glaube, so viele Gebäude sind es insgesamt gar nicht. Erstmal gehen wir hier rein. Ich sagte, erst mal gehen wir da rein. Und er steigt nicht ein. Und schon haben wir einen verloren. Das war hervorragend, dieser Versuch gerade. So. Ach man, wieso mache ich das denn immer doppelt? Okay, will ich doch drücken. So. So. Ich lasse den Wagen da erstmal stehen, wo er ist. So. So. So, das Gebäude noch zerstören. Dann ist das erstmal platt. So, jetzt müssen wir einfach mit den Leuten rüber auf die andere Seite. Ich glaube, das Zwischending lassen wir einfach mal ein Zwischending sein. Ja. Ganz geil. Ey, Alex. Bist aber auch ein Held, ey. Ein Versuch noch. Dann ist der Part zu Ende. Das war sowas von geil gerade. Ah. So. Komm jetzt hier runter, 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 runter. Geh doch mal weiter runter. Nein. Jetzt macht er mein Auto kaputt. Das ist natürlich ein Problem. Mehr oder weniger. Das zählt nicht als kaputt. Weiß ich. Äh. Ja, jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchbomben. Hallo. Genau. Jetzt kommen wir da nämlich durch. Okay, ich glaube, wir sollten da schon mit dem Auto durch. Ansonsten haben wir da ganz, ganz schlechte Karten. Das machen wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschö, tschö. 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 Tschö.